Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Part Summoners War. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und nun viel Spaß. Und somit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Welt Arena Part. Heute werden wir in die Welt Arena mal wieder steigen, war jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Das Problem ist, Welt Arena ist echt anstrengend. Ich meine, ich gebe mir jetzt noch nicht so viel da drum, weil ich einfach sowieso noch relativ am Anfang bin in der Hinsicht. Aber es ist schon echt sehr nervenaufreiben teilweise. Wie man sieht, wir sind immer noch Silber 2 so gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die wirklich holen soll, da ich nur noch drei Stück brauche. Ich glaube, ich hoffe einfach, dass mir Dragons oder irgendein Dungeon mal so gnädig wäre, mir davon eins zu holen. Und ich glaube, wir sparen einfach mal auf sowas. Oder vielleicht kommen wir ja auch noch in den Eroberer rang, dass wir uns eventuell einmal die Flügel holen können. Die übrigens dann auch natürlich meine Diana bekommen würde. Wobei, bei Diana sieht das immer so mickre klein aus. Oder Blitze beim, ja ja, Legendär natürlich, beim Wächter, also durch Rotrang. Ist natürlich sehr weit hergeholt. Glaube ich auch nicht groß, dass das passieren wird. Ich bin mal gespannt, wann das hier aktualisiert wird. Wahrscheinlich zu der nächsten Season, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Dass die Leute eventuell die Chance nochmal haben auf das, ähm, auf das Valkyriskin. Der übrigens sehr geil ist, der übrigens sehr, sehr geil ist. So, schauen wir mal. Der Genie hat das Spiel verlassen. Ja, easy win. Dankeschön dafür. Finde ich lieb von dir. Der lässt sich wahrscheinlich runterkloppen. Das gibt's auch viele, die sich runterkloppen lassen, um einfachere Gegner zu bekommen. Um halt zu farmen in der Hinsicht. Wisst ihr? Gibt's auch. Aber gut. Oh, Leo. Okay. Und ein Theomath. Okay, okay, okay. Wir nehmen, zum Strippen brauchen wir theoretisch noch gar nichts. Aber ich möchte ganz gerne, ich könnte Sekhmet mitnehmen. Ähm, brauchen wir einen Heal? Bis jetzt eigentlich noch nicht. Ich nehme, glaube ich, Sekhmet. Diana mal mit. Jo, cool. Switch einfach mal. So, schauen wir mal. Das Gute ist, er wird wahrscheinlich mein Ghani bannen. Kann ich stark, also gehe ich stark von aus. Er kann jetzt nichts nehmen, was... Also, wenn er jetzt noch jemanden nimmt, der bufft. Oh Gott, nein. Kami. Ich hasse Kami. Und, is, ist ja auch geil, Mann. Okay, wird, wird Fanny Kampf, wird Fanny Kampf. Wir nehmen auch Praha. Oh, ich würde Rakan gerne bannen, weil Rakan oder Kami würde ich ganz gerne bannen. Aber Rakan kann mir, glaube ich, mehr auf den Sack gehen. Ich glaube, ich bann Rakan. Und er bann meinen Werder. Und wir nehmen Resistance Leader. Ah, ja, nehmen wir. Aber wobei, wäre eigentlich unnötig gewesen. Aber ich nehme mal Resistance Leader. Ah, der will mir voll auf die Klopper hauen. Okay, bin ich mal gespannt. Der will mir voll auf die Umme hauen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das dem so gelingt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es ihm gelingt. Ich hasse Kami. Kami hätte ich auch richtig gerne, Mann. Das ist das Problem, wisst ihr. Ich habe zwar viele Mons, aber irgendwie nie die Mons, die ich gerne hätte. Ist echt, tut echt weh. Aber naja, und das ist auch eine miese Sache. Schön am Strippen. So, wem bomben wir? Wir bomben als allererstes, würde ich wirklich sagen. Wir geben sie mal die Bombe, aber gehen gleichzeitig auf Theomath. Was? Da hat jemand fucking Ophelia bekommen. Warum kriege ich nicht mal mein Windpanda, Mann? Ich hätte so gerne Windpanda. Und ich kriege mein Panda nicht. Danke, Garni, dass du jetzt auch mal drankommst. Ich mache ihm mal sein Endure weg. Und gebe ihm jetzt auch erstmal das Dreck wieder. Gut, Strippen brauche ich ja theoretisch gesehen. Den eigentlich brauche ich Strippen sowieso nicht, da der nichts hat, was mir gefährlich wird. Da keiner, kein Schwein bufft bei ihm. Aber kein Schwein gibt den irgendwas. Das ist einfach nur, nur DDs hat der. Der nur DDs bis, ja gut, okay, Kami halt. Aber ansonsten wäre auch cool, wenn Sekhmet mal drankommen würde. Der geht auf Garni. Block, okay. Und jetzt geht der auf Praha. Was hat der denn gegen meine Praha, Mann? Ich kann auch nichts dafür, oder? So, kann Sekhmet jetzt mal drankommen? Na, jetzt kommt erstmal Kami und haut meine Praha weg. Pock, nee, noch nicht. Aber fast. Wir könnten natürlich die Uplink-Zeit erhöhen, aber ich denke, wir machen das. Und hoffen, dass da ein paar coole Dots drauf kommen. Zup, zup, zup. Gut, ich habe gestunt auf alle Fälle. Okay, sie hat da hinten einen Defense Break. Aber ich möchte trotzdem gerne, erstmal ganz gerne Theomars wegbekommen. Ah, fuck, der lebt noch. Ich habe gedacht, die Bombe würde es retten. Aber ist okay. Dann ist sie jetzt in der nächsten Runde wahrscheinlich platt, wenn ich mal drankommen würde und nicht andauernd gestunt wird. Boah, Isis ist auch so gut, Mann. Das ist auch so ein Monster, was ich richtig gerne hätte. Natürlich prockt die fucking Bombe nicht, aber ich habe geprockt. Das ist okay. Ich habe jetzt so keinen Heal mehr. Und rip gar nicht. Kami. Ich komme schon allein gegen Kami nicht klar. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, das ist rip. Das ist rip. Ich würde, vielleicht kriege ich noch, kriege ich ihn hier noch platt. Aber das war es dann auch. Aber das ist GG. Ach ja, das ist Full auf den Kopf Kombo, was der liebe Südkoreaner gemacht hat. Aber ist okay. Ist ja natürlich auch eine Taktik, ne. Darf man auch nicht vergessen. Und das Ding ist, ach, das ist so nervig, Mann. Wieso hätte mir kaum zuerst nicht einfach den Windpanda schenken können. Ich habe kein DD. Ich habe keinen ordentlichen DD. Ich kann nicht Hygnir nehmen. Der wird weggefegt wie sonst was. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen richtigen DD. Ich nehme aber, glaube ich, ich könnte Theomath nehmen. Nehmen wir auch. Nehmen wir nicht. Wir nehmen Bra. Der Affe ist noch nicht so weit, dass ich den nehmen kann. Das ist das Problem. Wir nehmen erst mal Gianna. Ist jetzt nichts, was groß weggepickt werden könnte, wollte, wie auch immer. Und wir machen das mal so. Wir könnten auch Jameer nehmen. Für den Speedleader. Weil der wird wahrscheinlich mein Verrat bannen. Aber dann habe ich wieder keinen richtigen DD. Deswegen ich nehme Theomath als DD. Mal gucken. Vielleicht funktioniert es ja. Wer nehme ich denn raus? Wer nehme ich denn raus? Am liebsten würde ich Lucian oder Zyroth oder so rausnehmen. Ich nehme Lucian raus. Aber der hat doch, der hat einen Deep Break. Ich nehme Lucian raus. Ich habe keinen Bock auf Lucian. Lucian ist so ein One-Hit-Wonder. Wir nehmen mal Resistance Leader. Ja, für Ghani und so ein Kram. Das wird nichts. Das heißt, die Pyjama im Pyjama ist nervig. Und Tiana ist nervig. Zyroth ist nervig. Ah, Junge, Junge. Ich glaube, das wird der erste Part, wo ich direkt mal zweimal hintereinander verliere. Ist ja echt Hammer, Mann. Das ist ja der absolute... Ja, guckt euch das mal an. Ey, der ist locker auf Eroberer-Rang. Komisch. Hm, wer hätte das erwartet, Mann. Wieso bist du denn so niedrig eingestuft worden? Frage ich mich. Das ist eine Frage, die ich mich frage. Jetzt kommt Virus. Und Pizama-Semi-Pyjama im Schlaf-Pyjama. Und macht alle tot. Naja, fast alle tot. Jetzt sind alle tot. Gigi. Da merkt man, dass da auf jeden Fall Eroberer-Wächter spielt. Wette ich mit euch. Ich weiß auch nicht, warum ich gegen so einen jetzt angetreten bin. Komisch. Come to us. Das ist einer, der sich wahrscheinlich auch runterfallen lassen hat. Oder der hat einfach die Dings-Scheiße gespielt. Die, ähm, die Placement-Matches. Um einfach mal Fun gegen Lowys zu haben. Einfach mal so alle One-Hitten. So easy peasy. Aber seht ihr, die haben wenigstens DDs. Wo sind meine DDs? Komm to us. Gib mir doch mal einen fucking DD. Das wäre mal richtig schön von dir. Wenn du mir mal einen DD zukommen lassen würdest. Muss ja nicht mal ein Five-Star sein. Mein Gott, ey. Ich krieg nur Supporter, ey. Ich bin so... Das ist die Rolle, die ich immer gehasst habe. In jedem MMO-Strategiespiel. Healer-Tank. Richtig nervig, man. Ach, das... Sowas regt mich auf, man. So, was nehmen wir denn noch? Könnten Galeone nehmen? Was bringt uns Galeone, wenn wir uns sowieso nix in der Richtung haben? DD-mäßig. Können wir mal Rakan nehmen. Gucken, was der Rakan macht. Poseidon. Immer so. Unser DD jetzt mal Rakan. Der wahrscheinlich sowieso nix reißen wird. Wie ich meinen Rakan kenne. Boah, so richtig Salty-Part. Aber Welt-Arena kann einen nur Salty machen. Nervig. Und was mich eher Salty macht, ist, dass ich kein DD kriege. Ich krieg kein DD. Gehlt Theo macht. Wow. Bring mir auch nicht viel. Wem bannen wir denn? Zyrus? Ich weiß nicht, wen ich bannen soll. Orion und so. Hm. Gemini und Orion. Komisches Team-Kombo, muss ich sagen. Poseidon kann nervig sein. Also die zwei da unten können nervig sein. Ich tue mal eher auf Zyrus tippen, weil er mich resetten kann. Und wir nehmen Resistance Leader again. Und hoffen, dass diese Runde wenigstens gut wird. Vielleicht kriegen wir wenigstens einen Win hin. Das würde mich freuen. Ich habe auch nicht meine gewohnte Aufnahmezeit, muss ich sagen. Eigentlich spiele ich immer sehr abends. Also sehr spät abends. Aber naja. Ich hätte gerne einen DD. Abgesehen von Rakan. Das wäre schön. Ja, das wäre schön. Mann, wie schnell die sind. Ich glaube aber auch, es gibt es inzwischen, ist so die Meta, dass extrem viele auf Swift ruhen eher, anstatt auf, ähm, Vio. Also ist mir so aufgefallen. Ich habe mal ein paar Streams angeguckt jetzt von Fua und so ein Kram. Und die haben irgendwie alle eher Swift auf manchen Monster. Jetzt nicht auf allen, aber auf manchen Monstern. Alter Schwede, Mann. Ja, GG. Ja, GG. Wenn ich jetzt nicht am Zug komme mit Praha, ist GG. Wovon ich ausgehe. Gemini ist schon wieder dran. Und haut jetzt meinen Gianna um. Ne, mein Ding. Ja, GG. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Oh, sowas nervt mich, Mann. Was soll ich da machen, come to us? Ich kann mir nicht mehr ein ordentliches Team zusammenstellen, weil ich keine DDs habe. Das ist so nervig. Und wir sind Silberstern Rang 1. Ja, Mann. Richtiger Rage-Part. Aber sowas... Alter Schwede, Mann. Da sowas fuckt mich ab, Mann. Sowas fuckt mich richtig derbe ab, ey. Das ist so richtig Bullshit, Mann. Ich kriege einfach keine DDs. Das ist richtig nervig. Meine Fresse. Ach, die muss ich erst mal wecken. Oh, darüber kann ich mich nur aufregen. Wisst ihr? Ich weiß nicht, was ich machen soll, was Arena und Welt-Arena angeht. Ich meine, ich kann versuchen... Also, das Ding ist, ihr seht. Das waren fast meine tankigsten Monster, sage ich mal. Rakan ist Full-HP. Verath ist Full-HP. Okay, der wurde da gebannt, meine ich. Naja. Praha ist auch sehr gut geruhnt. Was, ähm, mit HP angeht. Was soll ich da machen? Garni auch. Ist auch eigentlich halbwegs gut geruhnt, sage ich mal, ja. Und die sind einfach... Fupp. Die 5 Break. A-O-E. Full-Damage. Stüppi. Bam. Sind sie tot, Mann. Was soll ich da machen? Frage ich. Was soll ich da machen? Ohne ein DD, wo ich mich mal drauf bauen kann, dass ich schneller werde, um dasselbe zu machen, was die mit mir machen. Dafür brauche ich erstmal ein DD. Und der einzige DD, den ich wirklich mir bauen könnte, wäre Tescha. Und Tescha ist auch einer, der... Wupp, ist er weg. Wisst ihr, was ich meine? Nervig. Richtig nervig. Das kotzt mich richtig an, Mann. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen am Ragen bin. Aber das nervt... Sowas nervt mich einfach. Sowas nervt mich einfach. Wo ist dieser hässliche Affe da? Mein Gott. Sowas ist echt nicht schön. Aber gut, Leute. Sorry, dass ich jetzt am Ende so ein bisschen geraged habe. Aber bei sowas kann man sich echt nur ein bisschen aufregen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Social, Leute. Hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Hot rein. Tschüss.